Wir nehmen uns kurz. Warte hin. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ey, hier. Wo ist er? Wo ist er? Ich geh in der Garage drin. Ich hab kein C4. Wir haben ihn. Ihr könnt mich noch kaufen. Oh, schon. Bei mir. Ich bin da und er kostet viel. Ich krieg's doch rein, Digga. Was ist das für ein Bullshit? Bleib so lange in der Luft. Ja, die haben wir auch nicht aufbinden. Warte, wär ich jetzt richtig mad? Loll. Speicher das. Loll. Das ist schon mies, Alter. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Das ist schon mal, Alter. Das ist schon mal.